Willkommen zurück bei Männerlords. Meine Bogenschützen sind bereits eingetroffen. Warte mal, mach mal hier zu, dann kann ich mich weiter rausscrollen. Genau. So ist es richtig rum. Und dann liegt auch mein Ziel hier. So, wie sieht es denn bei euch mit der Ernte aus? November. Na, Saatfortschritte habe ich aber schon mal mehr gesehen. Ah, da wird nichts mehr kommen, war im November. So. Das wird wieder eine Missernte. Sonst würden die hier ja was machen. Ach, da seht noch einer. Einer sät noch. Einer nur? Was machst du? Ach so, du bist ein Jäger. Warte mal, kann ich noch irgendwo jemanden entbehren? Ich mache mal die Färberei zu. Das klappt ja doch nicht. So. Ich habe nur noch für zwei Monate Brennstoffe. Kann nicht sein. Hier sind schon zwei Leute drin. Wie viel verbraucht ihr denn? 172 Brennholz. Und ich habe 46 Bauholz. Also, Holz ist da. Tavernen hatte ich zugemacht, wa? Forsthaus ist leer. Ich nehme mal einen aus dem Holzfällerlager raus und schicke den mal zum Brennholz machen. So. Ich habe hier zwei Freiwillige. Äh. Wo geht ihr hin? Zu Brennholz machen? Geht nicht. Da ist voll. Der müsste ich langsam, wenn die Stadt zu groß wird, äh, eine zweite Brennholzhütte bauen. Das ist eine Idee. Wo stelle ich denn die hin? Hier ist das Lager. Reicht der Platz hier? Warte mal. Nein. Müß ich hier hinstellen. Wir haben Dezember. Hm. Ach, wisst ihr was? Äh, warte, warte, warte. Dezember. Militär. Gibt garantiert keine neuen. Okay. Das heißt, ich muss jetzt meine eigenen Leute. Ach so, ihr seid ja auch schon da. Ihr seid schon da. Gut. Warte mal. Theoretisch müsste ich doch mehr haben. Ähm, warte mal. Wo haben sie sich gemeldet? Hier. Na? Meine Axtschwinge. So. Wurde ich die auch noch? Dann bricht ja bei mir alles zusammen. Na komm. So. Ressource zum Invertalen zugefügt. Ein großer Speicher. Ja, Futter haben wir heute genug. Muss ich mal eine ganze Äpfel hin. Hatte die nicht eine riesengroße Apfelernte gehabt? Jetzt haben wir wieder für zehn Monate Brennholz? Ach. Ach. Weil die Leute alle unterwegs sind. Nee, halt. Ich bin im falschen Land. Hier ist für zwei Monate Brennholz. Da unten ist für zehn Monate Brennholz. Ich verstehe. Warte mal. Die Hofstätte? Die noch nicht zugewiesen ist? Tatsache. Da können wir aber nur einen Aufbau auf Stufe zwei machen. So. Hat das eigentlich hier schon mal mit den Mänteln geklappt? Nein. Ist immer noch nur ein Mantel auf dem Marker. Und die 27. Okay. So. Ah, die marschieren alle schon. Hopp, 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 hopp. Theoretisch müssen ja von hier... Ah, von da unten kommen auch welche. Okay. So. Und jetzt würde ich sagen, Immenreuth. Es geht los. Wenn er jetzt... Aha. Jetzt hat das. Da ist das Schlachtfeld. Okay. Da sind seine Einheiten. Was hat er denn? Der hat kaum Bogenschützen. Aber eins, zwei, drei volle Schwerteinheiten. Gut. Ja, Status am Verlieren. Entschuldige. Immer bitte, Freundchen. Ja. Kann man diese hilfstextlich ausblenden? Kann man diese hilfstextlich ausblenden? Kommt doch irgendwo anders was rein? Nein. Ist alles was er hat. Okay. rein in den Wald. Oh, ich muss aufpassen, dass meine Leute nicht zu schnell sind. Dann guck mal, die hier, die sind echt langsam. So. Er marschiert da rein. Okay. Und dann gucke ich in der Zwischenzeit mal, was meine Leute machen. 18, 19, 20, 21. Ihr braucht Häuser. Habt ihr Bauholz? 7. Gerberei? Ihr bringt Holz ran. Okay. Oh Gott, wo kann ich jetzt hier bauen? Ja. Ihr sagt gar nichts. Oh, warte. Warte, warte, warte. Das mache ich von der anderen Seite. Na, ich mache zwei draus. Ja. Viel Spaß beim Bauen. 7, 8, 9, 10. Ihr habt Bauholz. Ja, sag mal, machen wir hier mal zu. 19. Sollte ich auch noch einen dazu bauen? Und ihr seid am Brennholz-Hütte basteln. Da sitzt jetzt drei Leute drin und hacken Holz. Ich habe 32 Bauholz. Ich habe 32 Bauholz. Also, muss reichen. Gut. So. Wo ist meine Schlacht? Da. Aha. Sie marschieren dort ein. Okay. 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 Ich stelle ich euch auf. Also, ich habe... Gefolge schrift. Die Schlacht beginnt. Ah. Stopper, Freunde. Ihr nach vorne. Okay. Da sind sie. Okay. Also. Bogenschützen. Geht mal zur Seite. Und ihr bekommt eine Einheit. Wollen die nicht? So. Was haben wir hier? Sperrkämpfer. Sperrkämpfer. Bepanzertes Gefolge. So. Die kommen immer noch. Warte mal. So. So. My lord. My things. Fire. My lord. Advance. so hey hier 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 bin ich warte mal zieht euch mal zurück hey was ist mit euch hier noch viel vorbei na dann feuer frei oh shit jetzt weiß ich was sie wollen jetzt weiß ich was sie wollen wo sind denn seine bogenschützen hin da moment 400 silber wenn ich klein beigebe ich schreibe ihn mal zurück meine ansprüche sind nicht verhandelbar kann ich ihm schreiben ja ja verhandeln wir können also da heißt ja ich möchte mehr geld will ich aber nicht so ich mache den fertig wo sind seine truppen hin hatte nur noch den bogenschützen ja kein wunder dass er verhandeln will so die hauen ab feiglinge feiglinge wenn er das gebiet jetzt verlässt verdammt doch mal so wenn er die biete jetzt verlässt habe ich gewonnen war aber jetzt formiert er sich neu oder auch nicht ich will euch nicht ewig jagen ja die verlässt jetzt das gelände so jetzt sind sie raus jetzt ist heraus ich habe gewonnen ach verlegung des schachtfels kann man auch vorschlagen so ich hole mal die schweren sollten daran ja wobei die leiche kann ich auch mitnehmen so wo sind denn die aus waldbrand das sind die hier was wird euch jetzt kommt jetzt doch mal rein hier ja jetzt kommt er noch mal rein ja 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 da ja ich kann ja aber auch nicht locken so auf welcher entfernung kann die schießen Schießt ihr auf mich? Ey, Tatsache! Okay, Freunde. Das war's. Warte mal, jetzt kommt er. Okay, dann Bogenschützen. Drauf da. Ja, Freunde. Ja, Freunde. Yeah. Zerstört. Eigentümerschaft einer Region verändert. Frieden erklärt. Ja, ihm bleibt der Hohenstand drin übrig. Ach, sieh mal einer an. Jetzt gehört er also mir. Warte mal. Quizfrage. Warnert er jetzt seine ganzen Einheiten, die er hat? Passt mal auf. Ich speichere mal. Äh. Wie ist er jetzt in Folge? Wie ist er jetzt in Folge? Folge 46. Also. Sieg 1. Folge 46. so. Wenn ich jetzt sage, ich will den hier haben. Ach, ich kriege gar nicht mehr Einfluss. Ich brauche 2.000 Einfluss. Ah, warten. Ist mein Einfluss nicht gestiegen durch den Sieg? Gunst des Königs. Minus 1. Oh. Der König mag nicht, dass ich hier gewinne. Yes, I am. Hör mal, euer Majestät. Ich bin hier der siegreiche Feldherr. Ja. Und den Frühling werde ich das Land hier besiedeln. Ich bin am überlegen. 1, 2, 3. Ja. Ich werde. Ah. Nehme ich das noch mit? Die 1.000 Einfluss hätte ich noch. Oder ich warte, bis er was macht. Okay. Wer bist du? Nusslohe. Ab nach Hause. Wer kommt noch alles aus Nusslohe? Das sind meine Söldner. Auch Söldner. Du bist aus Nusslohe? Ihr seid also Waldbrand. Waldbrand war das hier, wa? Ja. Dann mal bitte dorthin. Nusslohe? Run! Da fehlt mir aber noch ein Gefolge. Ach, da ist es. Ach, die haben Verluste eingefahren. Gut. Schade. Ich kann also ihm nicht noch ein... ...Gebäude abluxen. ...Uns des Königs. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Meine... ...Hütte war fertig. Meine Brennholzhütte. Da setze ich zwei Leute rein. Ich hab' noch 31. Ich hab' noch 31. Okay. Ach ja, die sind alle im Krieg. Barry's, 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 Barry's. So. Die Maschinen jetzt alle wieder nach Hause. Gut. Lief doch gut. Da kann ich jetzt in der nächsten Folge... ...hier Immenreuth für mich beanspruchen. Also habe ich hier beansprucht, aber... ...da kann ich Immenreuth besiedeln. Das werde ich sogar noch anfangen. Ich weiß, meine Folge 50 hören wir auf, aber... ...das fange ich an. Ja, und dann muss ich... ...zusehen, wie ich mit dem neuen Patch klarkomme. Da gibt's ja dann neue Einheiten, wie die... ...Bogen... ...äh... ...wie die Ambrust schützen. Und da gibt's dann auch, äh... ...dass die Ware vergammelt. Da muss ich noch schauen, wie ich damit zurechtkomme. So. Aber ich würde jetzt erst mal sagen... ...ihr macht mal Hopp-Hop. Ah, meine Gebäude sind fertig. Wunderbar. So. Miliz. Auflösen. Ihr geht wieder nach Hause. Oh, die haben nur noch neun von 6,30. Mein Gefolge hat nur noch zwei Leute. Damit ich die wieder einsetzen kann, brauche ich 5. So, seid ihr angekommen im Waldbrand? Ah ja, stimmt, glaube ich, ich brauche 5. So. Wir haben Januar. Meine Bogenschützen frieren. Was mit euch hier? Moin. Einheit auflösen. Geht mal wieder nach Hause. Für fortschrittlich ist ein Pack-Eser forderlich. Ja, dann ordere mal ein. Ach ja, richtig, wir wollten ja hier Pack-Station. Da muss ich sowieso noch gucken, ob das hier überhaupt funktioniert mit Waldbrand. Ich kann nur mit einem Tauschspartner machen. Das heißt, ich brauche immer eine volle Pack-Station pro Ware. Tauschwert 7. Eisen für 14 Silber gegen Brennholz für 7 Silber tauschen. Ihr bekommt 2 Brennholz je Eisen. Das heißt, pro Sperr bekommen wir 7 Bretter. Mit Waldbrand und Waldbrand hat hier eine Pack-Station. Da. Sie liefern Bretter. Haben wir überhaupt welche? Wir haben 14 Bretter. Ja, not denn das wie hier ist. Also damit steht und fährt ja schon wieder alles. Da können wir uns das Ganze doch sparen. Beutel gab es jetzt bei dem Ding auch nicht. 63, 46, 66. Ich habe nur Wohnraum für... Ich hatte doch hier was erweitert. Sind ja schon wieder Leute eingezogen. Ach du Scheibenkleister. Na dann, äh... So. Zack. Plus 3. Genau. 1, 2, 3. Und dann wird erweitert auf 6. Gut. Ah, ich habe 1,9 K. Ja gut, jetzt habe ich meine Armeen aufgelöst. Was mache ich mit euch? Ich löse die auf. Und werde in der nächsten Folge das Geld... Äh... Mein Gold nutzen, um das Gefolge wieder aufzurüsten. Ja. Und bis dahin würde ich sagen, danke für's Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem... See you later.